Ich freue mich dann zurück. Ich meine, das kann man trainieren. Aber so, dass es nichts Natürliches ist, was ich jetzt... Was ich kein Natürliches Allende ist. Ja. Also ich freue mich, ja. Ich glaube, dass ich jetzt zum Beispiel durch den Sport, das ist durch den Sport, einfach ganz gut. Du hast gedacht, da habe ich einfach gewusst, ich brauche keine Technik, man kann einfach werden. Aber ich brauche halt meistens, sie ist bei mir bei der anderen Seite. Guck ich sie mit ihm aus. Sie sehen wir jetzt zum Beispiel, da war ja mal ja nicht, das ist überritten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der S1 nach Schönebeck-Bad-Salzelnen über Wollmierstedt und Magdeburg-Ottemberg. Wir wünschen Ihnen eine angehene Reise. Nächste Station, Windberg. Ich wusste, Technik nichts. Hat ja was, fühlt sich mit der Kurve. Und ich bin so, das ist ja wirklich, das ist wirklich so, das ist echt überwossen, der, weil der auch was, genau so muss man zwar, oder etwas sehr gut. Das ist so, das ist so, das ist einfach so, der macht so viel Sinn. Ist ja nicht, ist ja nicht auch so. Aber jetzt? Ja, aber ähm, das war ja ein bisschen, das war ja ein bisschen, das war ja ein bisschen. Es war ja auch gar nicht. Also ich war ja nicht, es war ja nicht, aber es war ja nicht, aber es war ja nicht, es war ja nicht, wenn ich da noch was bekomme. Sieben, dann werden wir noch ein extrem gutes Körperspektiv und das ist ein Körperspektiv. Wir wollen jetzt, die da zusammen auch noch passen mit dem Körperspektiv. Wir wollen uns, wir müssen schon schnell sein, auch schnell gehen, aber nicht total, dass wir können die meisten anwenden genauer nicht werden, wenn auch jemand das auch wirklich schlauer in Sicht zeigen, das ist ein Körperspektiv. Wir haben die Körperspektiv. Die Körperspektiv. Wir wollen uns, die Stadtplatzierung. Genauso wie die Körperspektiv. Das ist dann einfach ein Körperspektiv. Das sind Leute die Marchinen, die in der Südkirche sind nicht wahr. Nicht weil es wir sind. Es geht. Es geht wirklich, die ganze Musiks nicht nach dem Körperspektiv. Ich bin selber nicht, ich kenne das dran. Ich bin nicht wirklich groß und nicht groß. Ich schenke noch mal. Ich werde mich mit dem Park, und ich werde mich mit dem Park, und ich denke, wenn ich dann auch nicht gefreut, dass ich mit 13 Uhr weggerechnet habe. Nein, ist gar kein Fässer. Ich mache immer Sorgen, ich weiß gar nicht was, also ich verstehe es, wenn ich die Umsatz gab, und dann ist es nicht eine Arbeit, und dann macht die mir irgendeine Scheiße weg. Guck sie wieder, ne? Alle noch nicht denken so. Ich verstehe selber nicht mal zu den Geschichten. Ja, aber es ist einfach so, weil man nicht mehr lernt, oder nicht mehr aufhören, und so kann man es nicht zu dramatisch werden. Wenn man da so, anders sage ich das Beispiel, dann steht in der Arbeit, weil man direkt mit Differenz zu hören, und dann weiß man, was die Differenz ist, und dann weiß man, was die Differenz ist, und dann würde ich das überhaupt nennen, aber so ein bisschen passend einfach mal, anders aus der Arbeit, um dann auch alles zu nehmen. Dann ist da halt immer sehr, das ist einfach, einfach irgendwie, wo der davon könnte ich gehen, dass die Aufklärung, aber das ist die Wände, die Differenz errichtet werden. Aber das ist einfach richtig. Das ist einfach so, aber wir müssen ja mal die Verkaufeln wie es auf Differenz STAV, zum ersten Malen die Differenz, zum ersten Malen die Differenz rischiungen, Das ist toujours super, mit dem da. Das ist ja jetzt. los geht, dann geht es genau zu ein bisschen, aus dem System, dann geht es gleich eine Firmation. Das ist einfach so, Der Masch nicht nur zu demasen, Die ganze Familie ist nicht vernünftig deutsch, aber sie sind nicht richtig mit Roten. Aber die sind gar nicht. Bei mir ist das okay. Richtig. Richtig. Ja, ich glaube, das ist einer gut abbezogen. Weil man bei mir nicht erkennen kann, ob ich den Kar so groß oder klein bin. Wir sehen alle gleich, wir haben uns ein bisschen wohl eingeblendet. Aber das ist mein Bestand, wenn wir es wirklich schlecht ist. Also ich habe wirklich gar nicht gelernt. Gar nicht. Ich habe die Doppelstunde davor angeschaut. Ja. 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 Nächste Station, WK, Ausstieg rechts. WK, Ausstieg, WK, Ausstieg, WK, Ausstieg, WK, Ausstieg. WK, Ausstieg. WK, Ausstieg, WK, Ausstieg. WK, Ausstieg, WK, Ausstieg. 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 Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.